Musik Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin Zwilliger Ganschott und ja wir sind hier wieder bei The Division Und warum hängen wir hier doof in der Hauptbahn rum? Genau, ich möchte euch wieder ein bisschen was beantworten Beziehungsweise möchte ich euch mal ein Bild für 1.3, wie es zur Zeit ist, vorstellen womit ich in der Dark Zone fighte Und womit ich eigentlich wirklich ziemlich zufrieden bin, auch wenn viele natürlich da wieder ihre Bedenken haben Und zwar fangen wir doch einfach mal direkt an, liebe Freunde, wir haben jetzt ja 5 Milliarden Sets neue Dead Eye und hast du nicht gesehen und Alpha Bridge und ja, also es ist wieder viel dazugekommen Viel schöne Spielerei natürlich, einiges sicherlich in den Gruppen auch sehr nützlich einsetzbar Dagegen möchte ich gar nichts sagen, aber wie ihr mich mittlerweile kennt, bin ich auch viel alleine unterwegs Das heißt, ich muss in der Dark Zone alleine bestehen und ja, in einigen Instanzen, beziehungsweise Incursions auch Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe immer noch auf das Stürmer Set, womit ich im Endeffekt jetzt auch immer noch rumrenne Warum das Stürmer Set, liebe Freunde? Das Stürmer Set einfach aus dem Grund, weil ich immer noch der Meinung bin, dass gerade von den Schadenswerten her Ja, also diese kritischen Trefferschadensanhebungen und wenn denn das hier richtig poppt jedes Mal, also die Hitbox etc., dann diese 1% mehr Schaden, die ja kumulativ dazukommen, wenn ihr den Gegner weiterhin trefft, ungemein geil sind, auch in der Dark Zone Ja, meine Freunde, was ich jetzt natürlich noch fast vergessen hätte, gerade mit dem Stürmer Set, ja, ey, okay, ey, so Oh, Hammer, jetzt wollte mein, 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 oh Gott, sorry Leute Also, was ich euch sagen wollte beim Stürmer Set natürlich und allgemein jetzt gerade wieder zur Dark Zone Aufgrund der 20% Anhebung natürlich, die jetzt in der Dark Zone stattgefunden hat, was den PvP Schaden angeht Ist es natürlich für einige umso leichter, euch platt zu machen, beziehungsweise natürlich auch, könnte es auch für euch einfach sein, andere platt zu machen Andernfalls ist es natürlich aber auch für uns so, dass wir natürlich wesentlich mehr Schaden reinbekommen Und jetzt, meine Freunde, ganz ehrlich, Butterball die Fische Ich weiß, es ist ein Deckungsshooter, aber Movement, meine Freunde, im PvP ist das Wichtigste, was ihr im Endeffekt machen müsst Nicht nur einfach weglaufen, doof hin und her tänzeln, natürlich um den Gegner rum Gerade damit wir die einigen, die immer noch geschultert fixieren, um dann im Endeffekt den Gegner zu erwischen Das geht Ansonsten gibt es natürlich auch viele, die jetzt auch schon aus der Hüfte schießen und erkannt haben, dass dieses andauernde Schulteranschlagschießen da einfach nicht die Haupt- oder beste Lösung ist Gerade in diesem Fall Deckung nutzen Ja, also nicht an der Deckung kleben, liebe Freunde Ihr habt Autos, ihr habt LKWs oder sonst irgendwas, ihr könnt um Sachen rumrennen Ein kleines Beispiel Ihr wollt im Endeffekt schießen, merkt, euer Magazin ist leer Jetzt anstatt doof vor diesem Typen dazustehen und doof nachzuladen Wegjumpen, ab in die Deckung Ihr merkt, er kommt euch hinterher, rennt um die Karre rum Ladet in der Zeit, während ihr um die Karre rum rennt, nach Bumm, seid ihr wieder fertig und könnt ihm im Endeffekt die nächste Ladung verpassen Und das immer wieder Lasst nicht zu, dass euch unnötige Treffer im Endeffekt Schaden zufügen So gewinnt ihr gerade One-and-Ones, sogar One-and-Fours Also ich sag es euch, ihr könnt vier Gegner damit platt machen Wenn die natürlich jetzt nicht unbedingt super eingespielt sind aufeinander Aber Movement ist so wichtig, meine Freunde Versucht es zu üben Das geht im Endeffekt allein in die Darkzone In Darkzone-Bereich 1 Geht meinetwegen Rook und probiert es aus Oder probiert es mit Freunden, was auch immer Aber Movement ist wichtig Probiert es wirklich aus Das macht auf jeden Fall einiges her Natürlich ist das Deckungsbasierte auch gar nicht falsch Gerade wenn ihr im Endeffekt Smartcover mit dabei habt Könnt ihr das natürlich gerne benutzen und macht auch Sinn Aber für jemanden, für mich, der gar kein Smartcover dabei hat Macht es einfach keinen Sinn Und deswegen Movement und ich fahre schon wirklich sehr lange sehr gut damit Also liebe Freunde, eure Meinung dazu Möchte ich natürlich auch mal in den Kommentaren Wie es bei euch am besten läuft Und oder wenn ihr es probiert habt, ob es euch geholfen hat Das wissen einige von euch eh Für die, die es aber nicht wissen Ihr braucht ja nicht unbedingt den Schadensmultiplikator an dem Gegner Also an dem Spieler aufladen Es sind ja nur unzählige NPCs In der Darkzone Das heißt, sagen wir mal Ihr müsst gegen Leute bestehen Ihr könnt doch einen NPC abknallen Schön auf den Körper Dass ihr schön den Boost vom Stürmer-Set noch ein bisschen mit reinkriegt Und dann auf ihn Das heißt, ihr habt schon einen höheren Schadensmultiplikator Und könnt dem so direkt mehr reindrücken Ist doch einwandfrei und optimal Ja meine Freunde, ihr seht jetzt natürlich Dass meine Werte hier vielleicht etwas sich von euren unterscheiden Meine Primär-SPS Ja, die ist natürlich jetzt gerade durch die SMGs Ziemlich weiter runtergegangen Und weil meine MP7 Ja, leider Gottes An sich ganz geil ist Aber die Talente einfach nur absoluter Bullshit Wir gehen einfach mal zur Waffe Da haben wir die MP7 So, die MP7 ist bei mir ja mit 11,6k 46% kritischen Trefferschaden Etc. pp Das kennen wir ja alles So, ich habe jetzt flink draufgewürfelt Weil vorher auch wieder Ich weiß nicht, was da drauf war Auf jeden Fall eins, wo ich irgendwie was mit 2200 Elektronik brauchte Was ich einfach nicht bewerkstellige Und ja, ich habe jetzt bisher flink gekriegt Ich bin jetzt schon bei 366 oder 336 Phoenix Credits pro Try Und ja, ich bezweifle, dass ich jetzt tödlich noch draufkriege Ich hoffe es noch Ich werde noch alles dranlegen Aber flink ist auf jeden Fall auch extrem geil Weil wir natürlich wieder schneller schussbereit sind Sorgfältig, ja, seht ihr selbst Nicht ausgefüllt Und empfänglich Empfänglich ist jetzt super Weil ich natürlich immer unter 10 Metern kämpfe Und das doch schon echt einiges ausmacht Ja, dann gehen wir einfach gleich weiter zur M1A Und bei der M1A Ja, die ist eigentlich auch ziemlich gut Aber nur 151% Kopfschussschaden Das könnte ruhig mehr sein Der Schaden selbst Bin ich sehr zufrieden mit Ansonsten habe ich drauf Boshaft, präzise und zerstörerisch Auch da wieder Nicht genau das, was ich wollte Ähm, ich wollte hier Brutal Aber Brutal Ist auch noch nicht draufgewürfelt worden Also ihr seht selbst Mein Set ist alles noch so ein bisschen In der Mache Ja, Pistole, die X-45 Ähm, ja Hier habe ich auch empfänglich drauf Ich kämpfe nicht wirklich viel mit der Pistole Aber ihr wisst selbst Zurzeit ist die X-45 einfach optimal Also wenn ihr wählen müsstet Zwischen Sniper oder Pistol Eigentlich würde ich die Pistol nehmen Nur leider passt da kein Long-Range-Scope drauf Ja, liebe Freunde Ansonsten natürlich, wie gesagt Fünfer-Set Stürmer Und natürlich Goldene Handschuhe Also Revolver-Helden-Handschuhe Mit Wild drauf Um wieder die 14% Kritische Treffer-Chance Zu bekommen Natürlich habe ich natürlich auch noch Andere Sets dabei Also beziehungsweise Das Ruf der Wache-Set Natürlich auch noch ein super Set Und ich dachte mir gerade Weil die in guter Ausführung Relativ schwer zu kriegen sind Behalte ich die mal Den anderen Kram Kriegt man nur wirklich Mittlerweile im Untergrund Hinterhergeschmissen Dass es mich nicht wirklich reizt Es sei denn Es ist wirklich ein super Premium-Hammer-Teil dabei Dann behalte ich das auch Ja, liebe Freunde Natürlich ist euch ja jetzt auch noch Das aufgefallen Alpha Bridge lässt es ja zu Dass wir im Endeffekt Zwei Mad-Kids Noch mit dazu bekommen Ja, die zwei Mad-Kids Kriegen wir ganz einfach dazu Auch wieder nur für die Die es nicht wissen Ihr habt Ersthelfer-Rucksack Ja So Ersthelfer-Rucksack Dann kommen wir ja eigentlich Eh schon auf die sieben Jetzt noch zwei Teile Alpha Bridge anziehen Und bumm Sind wir bei Neuen Ersthelfer-Sets Gerade in der Dark Zone Jetzt auch umso wichtiger Dadurch, dass die Mobs Uns einfach immer noch So die Fresse polieren Aber So kommen wir Wesentlich länger Leben durch die Dark Zone Ja, meine Freunde Kommen wir noch einmal zu meinen Werten Also ich habe wie gesagt 178.000 SPS Ähm Zähigkeit 388.440 Fertigkeitenstärke 26.356 Auf diese hohe Fertigkeitenstärke Komme ich jetzt einmal natürlich Weil jedes Mod von mir Fertigkeitenstärke besitzt Mit circa 1.500 Fertigkeitenstärke Und wenn man das dann zusammenrechnet Komme ich natürlich schon Auf einen ziemlich guten Wert 75% Rüstung Ist natürlich auch komplett klar Und was natürlich ganz wichtig ist Äh Ist die kritische Trefferchance Liebe Leute Also wenn ihr die Möglichkeit habt Kritische Trefferchance Da irgendwie drauf zu bekommen Anstatt kritischen Trefferschaden Macht das Beziehungsweise Rechnet euch vorher mal aus Ich arbeite zum Beispiel Mit dem Scan Um auf meine Max Äh Kritische Trefferchance Von 60% zu kommen Und das kriege ich im Endeffekt hin Dadurch dass ich jetzt natürlich 4,5% kritische Trefferchance Hier drauf habe Insgesamt komme ich so im Dingsmodus Also jetzt so Basis Wie ich hier stehe Auf 12 Mit den Handschuhen Würde ich im Endeffekt Ja auf 26% kommen Wenn das Ziel Sich außerhalb der Deckung befindet Und mit dem Scan Durch den Scan Kriege ich selber nochmal 33,9% dazu Also bin ich Ganz knapp Unter 60% Aber Das läuft so auch Und ich kritische Wirklich sehr sehr oft Und vor allen Dingen Natürlich durch die kritischen Trefferschadenswerte Auch mittlerweile Sehr sehr hoch Also kritische Trefferschäden Auf den Kopf Mal eben mit 140.000 Ist Gar kein Problem Zumindest beim Stürmer Set Nicht Ich weiß jetzt auch nicht genau Wie weit ich da aufgeladen war Aber Alter Schwede Liebe Leute Selbst auf Body Treffer Über 100k Schaden Mit dem Stürmer Set Bockt richtig Und vor allen Dingen Zieht es natürlich die Gegner Aus den Latschen Das ist mir natürlich auch Schon sehr doll aufgefallen Vor allen Dingen die NPCs fallen wesentlich einfacher Durch das Stürmer Set Jetzt weil ich eine ganze Zeit Lange immer noch Den Hybrid gefahren bin Aus Stürmer Und ruft der Wache Set Also probiert das mal Da für euch aus Ihr seht jetzt im Endeffekt Einmal hier selber Mein Set Ich komme bei dem Ganzen Auf ca. 100.000 Lebenspunkte Sagen wir 98.000 Lebenspunkte Und natürlich die 75% Rüstung Ja meine Freunde An sich wäre es das Jetzt einmal wieder gewesen Wir können natürlich Jetzt noch einmal hier Kurz durchscrollen Dass wir uns das alles Mal ankommen Ja okay 97.110 Lebenspunkte Jetzt scrolle ich für euch Hier noch einmal durch Dass ihr das nochmal seht Ja kritischer Trefferschaden 214% meine Freunde 72% Kopfschusschaden Ding 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 Ich gehe den ganzen Kram Jetzt hier einmal noch kurz durch Damit ihr das selbst mit euch Natürlich vergleichen wollt Wenn ihr das möchtet Das könnt ihr machen Und ansonsten wie das ganze Set sich natürlich spielt Meine Freunde Das werdet ihr in den nächsten Rude Moments Videos natürlich sehen Die schon bald folgen Ich habe da schon ein bisschen was Zusammengespielt Aber ich dachte ich werde euch erstmal Das Setup überhaupt präsentieren Womit ich das Ganze dann mache Und ja meine Freunde An sich wäre ich jetzt hier erstmal raus Falls noch Fragen sein sollten Zum Set oder sonst irgendwas Oder wieso Weshalb warum Natürlich in die Kommentare Falls ich was vergessen sollte Falls ich mich versprochen habe Ab in die Kommentare unten Ab in die Beschwerdeliste Keine Ahnung meine Freunde Ich hoffe auf jeden Fall Dass ich euch da einen kleinen Einblick Ja in meinen derzeitigen Stand Der Dinge geben konnte Und ihr seht selbst Auch ich muss im Endeffekt Auch viel daran arbeiten Dass das Set perfekt wird Ja meine Freunde Ansonsten wünsche ich euch Viel Spaß in der Dark Zone Viel Spaß im Untergrund Bei den Incursions Was auch immer Und massig geilen Loot Und dass ihr die Waffe bekommt Mit absoluten Godroll Stats Das wünsche ich jedem von euch Und mir natürlich selber auch Also liebe Freunde Bis zum nächsten Mal Wünsche ich euch wie immer was Euer Gunshot Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal